Hi, mein Name ist Simon. Ich habe ja bereits angekündigt, nachdem ich das Video von Marcel Kras analysiert habe, zum Thema Sinn des Lebens, dass ich selbst ein Video machen werde zum Thema Was ist der Sinn des Lebens? Und in diesem Vortrag soll es darum gehen, wie man objektiv herausfinden kann, was denn jetzt wirklich der Sinn des Lebens ist. Wie kann man herausfinden, was der Sinn des Lebens ist, objektiv? Wie alles andere auch. Mit Feststellungen, mit Beobachtungen, mit Fakten und mit Bewusstmachungen. Mit diesen Dingen kann man die objektive Wahrheit ableiten. Machen wir uns also bewusst, die Welt ist nicht perfekt. Sie ist das, was der Mensch daraus macht. Und der Mensch ist weit davon entfernt, perfekt zu sein. Somit ist der Sinn des Lebens, das eigene So-Sein ins Ideal zu wandeln und dasselbe auch mit dieser Welt zu tun. Denn wir wollen alle eine bessere Welt. Die Welt ist aber nicht gut. Was müssen wir also dafür tun? Etwas daran ändern. Das ist alles. Das ist der Sinn des Lebens. Objektiv festgestellt. Es gibt nichts anderes zu tun. Hat auch Gott gesagt. Jetzt schauen wir uns an, was nicht der Sinn des Lebens ist. Die ganzen Leute da draußen, die etwas anderes glauben, denken, das Leben sei nur eine Prüfung. Ob man würdig ist, um ins Paradies zu kommen. Oder im Leben dreht es sich darum, zu konsumieren, so viel wie geht. Einfach weil man hatte nur ein Leben und danach kommt ja eh nichts mehr. Und dann muss man zusehen, dass man bis dahin ordentlich viel materiellen Genuss rausgezogen hat. Also seinen Trieben nachgefolgt ist. Und deswegen sind auch alle nicht-esoterischen Weltbilder falsch. Alle nicht-esoterischen Weltbilder sind aus genau diesem Grund falsch. Einfach weil man diesen Menschen die falschen Lebenssinde gegeben hat, die ich gerade erläutert habe. Und diese beiden Lebenssinde verändern exakt gar nichts auf diesem Planeten. Alle falschen Weltbilder da draußen, also alle nicht-esoterischen Weltbilder, haben einen gemeinsamen Nenner, nämlich, dass sich der Sinn des Lebens auf egoistische Hintergedanken bezieht. In der Religion glaubt man daran, dass man da schauen muss, dass man selber ins Paradies kommt. Es geht also nur um den Einzelnen. Es geht nur um dich. Es geht nur darum, dass du ins Paradies kommst. Und umsonst nichts. Das hat überhaupt nichts damit zu tun, wie es mit dieser Welt besser wird. Auf keinen Fall. Oder die Atheisten, es geht nur darum, dass sie selber so viel Genuss wie möglich aus diesem Leben rausholen. Es geht nur um sie. Es geht nur um den Einzelnen. Es geht nur um den eigenen Egoismus. Und umsonst nichts. Und lustigerweise sind alle nicht-esoteriker im Ego-Bewusstsein. Das ist das Lustige. Alle. Wir sind nicht im Ego-Bewusstsein. Wir sind im Erwartenbewusstsein. Wo es um das Geben geht, dazu kommen wir später. Und deswegen resonieren auch bei diesen ganzen Leuten diese Sinne des Lebens, weil sie alle noch im Ego-Bewusstsein sind. Weil man sie locken kann. Man kann sie mit egoistischen Hintergedanken locken. Tu das, unterwerfe dich diesem System und dann kommst du ins Paradies. Und aus atheistischer Perspektive kann es nicht der Sinn des Lebens sein, diese Welt besser zu machen. Das geht nicht. Weil der Atheist glaubt nicht daran, dass er das hinkriegt. Und wenn er es versucht, dann wird er nicht erfolgreich damit sein. Denn wenn du hier auf diesem Planeten etwas verändern willst, dann kommst du denjenigen in die Quere, die vom Leid anderer leben. Und als Atheist bist du der Meinung, dass diejenigen gewinnen, die Geld haben. Das heißt, wenn du dich mit denen anlegst, dann murksen die dich ab. Warum sollte ein Atheist sein Leben riskieren, wenn danach nichts mehr kommt und das wofür etwas, was eh nicht funktioniert. Weil es gewinnt, der der Geld hat. Und die haben das Sagen. Man selber kann doch nichts verändern. Man hat ja kein Geld. Weil aus atheistischer Perspektive ist das Geld der Fakte, der darüber entscheidet, was auf diesem Planeten passiert. Der Atheist glaubt nicht an übersinnliche Mächte. Der Atheist glaubt nicht daran, dass wir Unterstützung von oben bekommen. Und der Atheist glaubt auch nicht daran, dass er einen Schutz von Gott hat. Warum sollte er hier auf diesem Planeten irgendetwas verändern wollen? Macht keinen Sinn, rational betrachtet. Und bei den Religionen ist es noch unglaubwürdiger. Weil die Christen sagen, Römer 13 aus der Bibel, ein jeder ordnet sich der Obrigkeit unter. Und der Koran ist sicher auch so obrigkeitshörig geschrieben worden. Und dann heißt es auch noch, wir sollen die Welt nicht verändern. Nur Gott gebührt die Ehre, die Welt zu verändern. Offensichtlicher geht es nicht, dass diese Religionen erfunden worden sind, um dich daran zu hindern, den Mächtigen in die Quere zu kommen. Im Islam ist es noch lächerlicher. Der wird einfach behauptet, dass du gar nicht die Welt verändern sollst, weil das Bestandteil der Prüfung ist, dass Böse auf diese Welt hat. Der Allah erschaffen. Aus muslimischer Perspektive ist es also so, wenn man die Welt verändern möchte, ist das so wie, als ob man die Fragen in der Matheklausel verändern möchte. Da merkt man einfach ganz klar, dass bei diesen Weltbildern einfach nur Lügen erfunden worden sind, um dir einen falschen Lebenssinn zu geben. Damit du dich bloß nicht darauf fokussierst, diese Welt zu verändern, aber dann würdest du ja den Mächtigen, die vom Leid anderer leben, in die Quere kommen. Und der Atheismus ist genau aus diesem Grund auch erfunden worden. Du glaubst daran, dass nach dem Tod nichts mehr kommt, also musst du deine Zeit daran investieren, möglichst viel materiellen Genuss für dich herauszuholen. Und weil du glaubst, dass du keinen göttlichen Schutz von oben hast, würdest du niemals das Risiko eingehen, dich selber in Gefahr zu bringen. Und du glaubst auch nicht, dass du erfolgreich sein wirst, weil du auch nicht an Unterstützung von oben glaubst. Aber wir aus der echten Spiritualität wissen, es gibt da draußen einen Gott, der unterstützt uns. Er hat uns aber gesagt, ich werde nichts für euch tun, was ihr nicht für euer Selbst tut. Das heißt, wir müssen anfangen. Wir müssen selber aktiv werden. Aber wir müssen nicht alles alleine machen. Wer sich selbst hilft, dem hilft auch Gott. Warum gibt es jetzt Atheisten und religiöse Menschen, die trotzdem scheinbar unseren Sinn des Lebens verfolgen und wirklich sich für eine bessere Welt einsetzen, obwohl es keinen Sinn ergibt. Insbesondere aus religiöse Sicht nicht, weil du kannst dir keine Fehler erlauben. Da gibt es nur Schwarze oder Weiß. Da gibt es nur Hölle oder Himmel. Da darfst du dir keine Minuspunkte bei deinem Gott erlauben. Eigentlich darfst du nicht von deinem Lebensstil abweichen, der nichts mit der Veränderung dieser Welt zu tun hat. Und diese ganzen Rituale, jeden Tag zu beten oder Buße tun oder Lobpreislieder singen oder was auch immer, die verändern nichts auf dieser Welt. Gar nichts. Null. Zero. Nothing. Warum ist das so? Ist das nicht erstaunlich? Ist das nicht wirklich erstaunlich, dass genau die Dinge, womit die Menschen ihre Zeit investieren, nichts auf diesem Planeten verändert? Gar nichts. So als ob wirklich irgendwelche Leute diese ganzen Weltbilder erfunden hätten, um dafür zu sorgen, dass die Menschen ihre einfachere Zeit verschwenden. Wie kann es jetzt also sein, dass ein Atheist oder ein religiöser Mensch trotzdem unseren Lebenssinn hat, nämlich sich für eine bessere Welt einzusetzen? Wie kann das sein? Ganz einfach. Weil sie tief im Inneren wissen, dass unser Sinn des Lebens der richtige ist. Denn sie fühlen es einfach. Sie haben Schlüsselereignisse in ihrem Leben gehabt und es hat sie daran erinnert, weshalb sie hier sind. Und jeder Mensch, der in die Geschichtsbücher eingegangen ist, hat in seiner Biografie auch so eine Geschichte. Einen Schlüsselmoment, der dafür gesorgt hat, dass er auf den Weg gekommen ist, auf dem er jetzt ist oder auf dem er war. Aber diesem Weg haben wir es zu verdanken, dass wir heute das Leben haben, das wir heute haben. Also die positiven Seiten davon. Das hat alles mit dem Seelenplan zu tun. Die Menschen haben einen Sinn des Lebens im Seelenplan und im Laufe ihres Lebens werden sie daran erinnert. Durch Schlüsselereignisse und dadurch kommen sie auf ihren Weg, der alles verändert. Alle nicht esoterischen Weltbilder sind erfunden worden, weil wir diejenigen sind, die die Welt verändern wollen und somit den Mächtigen da draußen in die Quere kommen. Und wir haben auch keine Angst, denn wir wissen erstens, wir werden beschützt, aber selbst wenn wir nicht beschützt werden, wir kommen wieder. Dann sterben wir und dann kommen wir wieder zurück. Dann machen wir weiter. Uns kann man nicht erpressen mit nichts. Wir geben nicht auf, wir haben nichts zu verlieren. Wir werden später noch genau darauf eingehen, wie unser Gotteskonzept mit diesem Sinn des Lebens zusammenpasst. Schauen wir uns mal an, was die Menschen aus ihrem Leben machen. Die Menschen tun vier Dinge. Erstens, ihre Zeit gegen Geld austauschen. Zweitens, konsumieren. Das Geld in Glück umwandeln wollen. Glück kaufen wollen. Drittens, Drama schieben. Und viertens, wenn sie religiös sind, irgendwelche Rituale machen, um sich selber das Gefühl zu geben, sie kommen dadurch ins Paradies. Weil sie glauben, dass sie nur so ins Paradies kommen. All diese vier Dinge sind reine Zeitverschwendung und reine Energieverschwendung und reine Geldverschwendung und weiter nichts. Und das ist gewollt. Die Menschen werden mittels falschen Weltbildern darauf programmiert, diese vier Dinge zu tun. Und diese vier Dinge lenken die Menschen davon ab, das zu tun, was wirklich zählt. Das Einzige, was zählt. Denn wofür hast du gelebt? Wofür hast du gelebt, wenn du auf diesem Planeten keinen Unterschied gemacht hast? Wofür hast du gelebt? Warum bist du hier gewesen? Wofür hast du gelebt? Wozu? Deine sinnlose Existenz geht zu Ende auf dieser Welt, wenn du auf dieser Welt keinen Unterschied gemacht hast. Wenn du keine messbaren Ergebnisse hervorgebracht hast, die die Welt wirklich besser machen. Wenn du das nicht schaffst, ist dein Leben sinnlos. Und weil die Menschen nichts tun, ist die Welt so, wie sie jetzt ist. Für den Sieg der Bösen reicht es, wenn die Guten nichts tun. Und genau das haben wir hier. Und wenn die Regierung irgendetwas Unangenehmes macht, dann schauen die Menschen einfach nur druckmeiserisch zu, weil sie einfach keinen Ärger haben wollen. Weil die Angst haben. Auch aufgrund ihrer falschen Weltbilder. Weil sie obrigkeitshörig gemacht worden sind durch die Programmierung und durch die ganze Gehirnwäsche. Die Ergebnisse dieser Welt werden durch die Taten der Menschen bestimmt. Die Taten der Menschen durch den Sinn des Lebens und den Sinn des Lebens durch die Weltbilder. Wenn die Menschen also falsche Weltbilder haben, tun sie die falschen Dinge durch den falschen Sinn des Lebens, wodurch wir die falschen Ergebnisse haben, die wir jetzt haben. Stell dir mal vor, die Menschen würden alle eine starke Persönlichkeitsstruktur haben, so wie wir das bereits zum Anfang besprochen haben mit dem Sinn des Lebens. Um es eine starke Persönlichkeitsstruktur zu bekommen. Jeder würde dabei mithelfen, diese Welt zu verändern, zum Besseren. Was meinst du, was dann los wäre? Wir hätten das Paradies auch werden. Aber aufgrund dessen, dass die Menschen etwas anderes glauben, haben wir das nicht. Ich habe jetzt eine Analogie für euch, die wirklich gut die Realität widerspiegelt. Stellt euch vor, ihr zieht euch einen virtuellen Wirklichkeitshelm an. Dann kommt ihr in ein Computerspiel. Dort wacht ihr auf und vergesst, dass ihr in einem Spiel seid. Und glaubt, diese digitale Welt sei die echte Welt. Das Einzige, was ihr seht, sind NPCs, die andere Online-Spieler umbringen. Was würdet ihr machen? Ihr würdet versuchen, Kämpfe zu vermeiden. Ihr würdet einen Bogen um diese NPCs machen. Ihr würdet jeden Kampf vermeiden. Ihr würdet flüchten. Ihr würdet versuchen, euch in Sicherheit zu bringen. Bis ihr irgendwann seht, dass es Menschen gibt oder andere Online-Spieler gibt, die die Konfrontation suchen und ein höheres Level haben als ihr und besser spielen als ihr. Und bei denen funktioniert irgendwie alles. Was würdet ihr machen? Ihr würdet zu diesen Online-Spielern hingehen und fragen, wie machst du das? Wie funktioniert das? Und sie werden euch sagen, das funktioniert nur, wenn du die Konfrontation suchst und gewinnst und dann Erfahrungspunkte bekommst, wenn du die Herausforderungen bestehst. Und dann wirst du besser und levelst dich weiter hoch und kannst dann stärkere Gegner besiegen. Dann funktioniert alles. Und genauso ist es im echten Leben auch. Wir haben Herausforderungen, an denen wir wachsen können und müssen von denjenigen lernen, die das besser machen als wir. Die bereits verstanden haben, wie das Leben funktioniert. Weil bei ihnen das Leben funktioniert. Die die Spielregel des Lebens kennen. Gibt es diese Menschen? Mehr als einen. Es gibt Meister des Lebens. Es gibt Genies. Leonardo da Vinci. Michael Jackson. Johannes Gutenberg. Johann Wolfgang von Goethe. Wolfgang Amadeus Mozart. Michelangelo. Bach. Und wie sie alle heißen. Beethoven. All diese Leute. Thomas Edison. Diese Menschen. Denen haben wir es zu verdanken, dass wir heute nicht in der Steinzeit leben müssen. Sie haben verstanden, wie das Leben funktioniert und haben herausragende Ergebnisse geliefert. Wenn sie dasselbe gemacht hätten, wie die Menschen da draußen, wären wir heute in der Steinzeit. Und jetzt ist die Frage, wie gut passt dieser Sinn des Lebens, den wir heute herausgefunden haben, zu unserem Gotteskonzept. In unserem Weltbild sind wir alle eins. Alle Seelen sind Teile Gottes. Das heißt, du siehst das Göttliche im Anderen und in dir selbst. Das bedeutet, dass du diese Welt verändern willst, einfach nur weil du anderen etwas geben willst, aus deiner göttlichen Liebe heraus. Willst du andere in die höchste Glückseligkeit bringen. Weil du das göttliche in anderen siehst und du selber gelernt hast, so zu lieben wie Gott. Und weil du an dich selber glaubst. Weil du selber ein Teil von Gott bist. Dann glaubst du auch an dich selbst. Des Weiteren ist das Leben ein Spiel. Denn ein lieber Gott würde doch niemals seinen Geschöpfen ein Leben geben, das ein Kampf wäre oder so ähnlich. Nein, er würde das Leben zu einem Spiel machen. Das Leben meisterst du spielend oder überhaupt nicht. Denn du kannst damit erfolgreich werden, was dir ohnehin am meisten Freude macht. Und genau das haben alle Genies getan. Schau dir die Kinder an. Die spielen von Natur aus. Offensichtlich deswegen, weil sie aus dem Jenseits kommen. Und da wussten sie noch, dass das so ist mit dem Leben als Spiel. Den kannst du nicht beibringen zu spielen. Die spielen von alleine. Gibt es jetzt Propheten, die diese Alleinheitslehre verkündet haben? Mehr als nur einen. In der vedischen Kultur gibt es die Alleinheitslehre. Das heißt, das sind unsere verbündeten Hindus. Das heißt, der Krishna hat die Alleinheitslehre auch gebracht. Im Buddhismus und im Taoismus ist die Alleinheitslehre sowieso bekannt. Im Urchristentum ebenfalls. Das heißt, Jesus hat auch die Alleinheitslehre gelehrt. Auch im Sufismus, als hat Mohammed auch die Alleinheitslehre gelehrt. Das heißt also, alle Propheten, die der Gott geschickt hat, haben alle dasselbe verkündet. Eine, dieselbe Botschaft. Wir sind alle eins. Und daraus leiten wir den Sinn des Lebens ab. Es gibt einen entscheidenden Widerspruch. Gott hat nämlich gesagt, es gibt keinen Sinn des Lebens. Und genau das ist das Geschenk Gottes an die Menschheit. Weil wenn es keinen vorgegebenen Sinn des Lebens gibt, dann können wir uns selber den Sinn des Lebens schenken. Selber aussuchen. Das widerspricht sich damit, was ich gesagt habe, dass es diesen Sinn des Lebens gibt. Die Auflösung des Widerspruchs geht wie folgt. Es gibt einen übergeordneten Sinn des Lebens, nämlich diese Welt ins Ideal zu wandeln und sich selber weiterzuentwickeln. Wie wir das anstellen, das dürfen wir uns selber aussuchen. Auf welche Art und Weise wir das tun. Das heißt, jeder spielt seine Rolle. Jeder tragt seinen Teil dazu bei, diese Welt ins Ideal zu wandeln. Und jeder hat seine Themen, bei denen er sich weiterentwickeln muss, um seine Persönlichkeitsstruktur ins Ideal zu wandeln. Aber sie über alle machen das gleiche vom Prinzip her. Fazit für heute, was der Sinn des Lebens objektiv ist. Die Welt ins Ideal wandeln, weil die Welt nicht in dem Zustand ist, in dem sie sein sollte. Weil es viel zu viele Menschen gibt, die immer noch sich selber das Leben nehmen, weil sie es einfach nicht mehr ausgehalten haben. Deswegen müssen wir hier was ändern. Es ist allerhöchste Zeit. Zweitens die Persönlichkeitsstruktur von sich selber optimieren, um das auch zu schaffen und um möglichst ein Geschenk für andere Menschen zu sein. Schenke dieser Welt das, was du zu geben hast, deine Talente. Damit kannst du die Welt verändern und so ein Geschenk für die Menschheit sein. Das Leben ist auch ein Spiel, wo es darum geht, sich immer weiter hochzuleveln. Und da geht es auch darum, sich daran zu erinnern, wer man wirklich ist. Denn wenn du ein Teil von Gott bist und dich daran erinnerst, dann funktioniert das so. Du überwindest deine Grenzen. Grenzen sind für dich in Horizonte. Und erfährst du, wozu du fähig bist. Welche Wunder du in der Lage bist zu vollbringen, indem du ein herausragendes Leben lebst. Passt alles perfekt zusammen. Hör auf, deine Zeit gegen Geld auszutauschen. Und dann auch noch dich dazu entschieden zu haben, das den Rest deines Lebens zu tun. Vielleicht machst du das jetzt noch, aber mach das nicht den Rest deines Lebens. Wenn du Geld auf der Seite hast, investiere es nicht in Konsum, sondern in deine Transformation. Damit du wirklich zu diesem Menschen werden kannst, der wirklich ein Geschenk für diese Welt ist. Dazu schaut er mein Video an, wie du das Leben meisterst. Und dann, sobald du in dich selbst investiert hast und dich transformiert hast, verdiene damit Geld. Mit dem, was du Neues erlernt hast. Mit dem, was du wirklich machen willst aus deinem Leben. Und hör auf, deine Zeit gegen Geld auszutauschen, denn weißt du, was dann passiert. Es passiert nur eine einzige Sache. Du erhöhst die Zahl auf deinem Konto und du erhöhst die Zahl auf dem Konto deines Arbeitgebers. Was anderes passiert nicht. Es passiert nichts ansonsten. Okay? Du musst eine andere Lebenseinstellung annehmen. Und somit einen besseren Lebenssinn dir aneignen. Das ist das Fazit für heute. Der Sinn des Lebens ist es, sein Selbst ins Ideal zu wandeln, diese Welt ins Ideal zu wandeln, sich immer weiterzuentwickeln und ein Geschenk für die Menschheit sein. Damit wir gemeinsam diese Welt ins Paradies wandeln können. Ohne uns wird das nicht passieren. Ich hoffe, ich habe dir heute wieder die Augen aufgemacht, was wirklich der Sinn des Lebens ist. Und konntet dir auch darstellen, warum die ganzen anderen Weltbilder erfunden worden sind, um dir falsche Lebenssinn in den Kopf zu installieren. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Alles Liebe. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.